es unglaublich er erinnert ich habe den auch warte ich bin hängen geblieben ich gucke aber wieder zu der Katze ok a ok die Siamat Challenge ist die a6 ich habe es gerade einmal geschafft aber ich kann jetzt nicht genau die Taktik sagen Mann Pasi 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 Arschloch zum Idiot Scheiß Kind das passiert wenn man Wert hat Schwangerschaft soll ich er er hat aber nicht während der Schwangerschaft gesorgt das Beweisfoto da braucht man aber ein Beweis Video weil eine Schwangerschaft ist neun Monate oder oder macht jede Sekunde ein Foto von ihr mhm kannst du ja machen aber das wäre dann auch schon fast ein Video nur halt ein sehr qualitiv äh qualitäts schlechtes qualitatives qualitativ schlechtes meine Fresse jetzt René Pasi ganz runter ja sauber gibt auf gibt auf ja ich mach das Bild schon dran alles klar äh hier äh hier oben ne ja hier n und dann nach dem Diagonalen Sprung auf Elber Mist hätte ich nicht schaue Romila Planer ach der letzte ist ja voll leicht für das ich habe überwärts versucht geschafft wer macht Tag Aukar ja da war ich schon Tag auch schon und Gott ich nicht beschwingte wie du dich auch mal sichtbar machen könntest ich habe keine Milch bin ich im Game Mode ein Macht und ich geht auch nicht in den Game Mode ich mach schon ich bin sowieso in einer Minute sichtbar ja ist mir egal ich hab dir da jetzt ein bisschen gemacht ich ach die Diffelsprünge gehen ja noch 2 mal jetzt hab ich diesen Scheiß ich will den nicht später werde ich wieder als letzter hier hängen und sagen oh die Diffelsprünge gehen ja mal voll nicht alter fuck so jetzt aber Pasi hier musst du auch Schiff drücken da also ja ich weiß ich falle aber trotzdem und auch wenn ich Schiff drücke das geht das keine Ahnung wenn man drüber springt wahrscheinlich nein oder ich ich laufe ich laufe ich steh drauf drücke Schiff laufe ein bisschen Unfall runter Schiff-Taste ist kaputt nein man kann nicht so lange man hat nicht so eine große Fläche auf dem Nippel dass man einfach rumlaufen kann da drauf ne guck mal so hier geht das sauber geht mal alle weg ey geht mal alle weg hey ist das nicht eigentlich sogar in einer Sprung hier ne fuck ist das da jetzt dein Ernst boah nein ich war da da woher wow so wie alter du Arsch nein nein jetzt wird jetzt den Weg quitt ich war fast da ich war fast da auch mal fuck ich mach da ein du sprich da darüber ich mache mal so zack zack so ja boah ich habe ich auf Gott weh zu drücken alles kann es auf jeden weil ich leider kann oh letzter Sprung geschafft nein Wasser Checkpoint nein ich habe es auch das gleiche Problem wie Pasi aber jetzt auch ich ich rutsche jetzt immer wieder drüber ne jetzt nicht mehr willst du anfangen oder sei ich ich mache schon ich mache schon auch du ja Mann nein Wieso rutsche ich da drüber da muss man nur einer Sprung machen oh nein hör hier um auf den hier zu kommen ja klar jetzt musst du nur einer Sprung machen guck selbst jetzt bis zu weit gesprungen fuck ich habe das Spiel gemacht Flo ja sie so muss in einer Sprung machen Vertraube nicht nein habe ich ja nicht das war der Fehler ja siehst du nein ja ich krieg zu fünf Sekunden später kriege ich damage ja ja das ist voll logik fuck boah geht mir auf den Sack wie mir die Challenge jetzt schon auf die Nüsse geht ne Mann einer Sprung von hier aus hm ja Tatsache hab ich doch gesagt passt keiner hat bestimmt wieder gesprittet da ne was nein boah die meisten davon darf man gar nicht sprinten weil sonst springt so locker drüber Roman hat mir grad eine Freundschaftsanfrage geschickt wobei bei skype oh was ein idiot denkt er ich nehm die an oder was hat er mir auch schon letztens wieder ich hab den blockiert ich hab die eigentlich auch blockiert eh nilo ignoriert habe ich scheiße es hat Fehler oh nein reicht es nicht ja tja da durch ja du bist durch ja er ist er schaust die sie haben so ein mit Checkpoint du hast noch sechs Minuten brauchen dann ist nämlich meine Unsichtbarkeit zu Ende um ich bin hier unten ein paar sie ich bin oben in der Ecke andere Ecke da guck ich mal wie sie sich so schlägt Flo ja siehst du mich hier hier oben in der Ecke andere Ecke nein da sehe ich die Fackel ja was soll die Fackeln sich ja ich weiß ich bin ich blöd ich bin ich blind meine ich boah ok los so ja ja hallo boah boah ja Einzelsprung sehe nicht viele Fackeln oder jetzt Doppelsprung sehe nicht viele Fackeln oder Doppelsprung die Fackeln nein nein drübergerutscht ey ich hatte es ich springe immer wieder drüber wie unprofessionell trinkt der erstmal Leck mich ich hab du hast da darf ich doch was trinken ich hab auch du es schon seit einer halben Stunde da trinkt doch was ja ne ne es ist unprofessionell ne 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 vergessen Der hat bestimmt, er hat bestimmt das in sein Zimmer, ich will das jetzt nicht sagen Der hat da ne ganze Snack war Ja, Loos René Woh! Es ist der zweite Sprung! Wow, Alter! Jetzt machst du das Alter! Ich stelle so macht es jetzt, du machst es jetzt Der zweite Sprung war für mich bisher der schwerste, weil ich darin drüber gerutscht bin Ich auch Du machst es jetzt so mal Du machst es jetzt so mal Du machst das jetzt Du machst das jetzt achten es auch so nähe ja du nervst mich die ganze Zeit mit dem du machst das jetzt du machst das jetzt jetzt schaffst du das jetzt schaffst du das ja komm 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 das war der erste Sprung der schaffst du jetzt nur weil du jetzt nicht sagst du machst das jetzt ist es dich anders oh jetzt bist du gut jetzt bist du gut jetzt bist du gut jetzt bist du gut Eier rüber rutschen leck mich ich guck mal hier die schöne Aussicht an so nicht hin ey man du bist hier zu schlecht dafür die Kürbisse sind cool auf den Tech Shoppern oh ey das riecht scheiße Pasi ist mir einfach besser wenn du dich geschlossen hält kannst du das einfach nicht ey ja ok Pasi bin ich nicht gut getarnt zwischen den ganzen Fackeln noch eine Fackel dazwischen ich seh dich aber wann ist Pasi, wann muss Pasi weg haha du musst du noch zu Ende René ne das wird heute nicht mehr ne auch wenn Pasi weg ist wir machen weiter bist du fertig bist Pasi hör bitte auf wir wollen die äh Babb nicht verunschte halt mit Fackeln echt nicht nein die ist schön die Babb lüg nicht ich finde die ziemlich schön einer Sprung lecken das ist halt sehr cool ist hier oh René boah Pasi jetzt hör mal auf Alter das Geräusch erstmal das Geräusch nervt zweitens das verunschaltet diesen schönen Raum der nur aus Diamanten besteht und Glas und Holz und es ist Tag und da drüber ist Glas Junge da kriegt man Kretze boah ey ich hasse den zweiten Sprung ne oh Das war ich vom eisprung ist der zweite Sprung der sch-sch-sch-sch-schützte ist so der macht jetzt halt bestimmt vor all das Fackeln nein ach so Pasi nicht die Map versuchen hier schon die Challenge nächste ich bin die ganze Zeit am rumfliegen sie sind hier guck, 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 guck da machen wir uns auch am rumfliegen Kenkster Harry Potter als die alte fette Frau rumgeflogen ist das war leider der Mutter Lust für den Hinblick Mälte Warnsame Antibesens von 1.000 ausdrucken in der vor der Auerung der Schicksalte zu kalt er ist es ins Jahr abzuhalten die Elia ich will ab ist er ja in so wird soll er ja sie sind schiebt es sei ein Zeichen Tender heiwollt Samson mit und anders sind wer will eben konzentrieren K das sind das sie führt wohl speziell etwa in der Mitte Hakan hat die Fresse die Befekte wieder zu Zählen wir als Sieg mit Fäckte Helm für die Ernst dann sind nicht nein so der 5 secrets and in the map if you want to find the others look for signs telling you to not break blocks diamonds are the main secrets in the map and they are found in chests all over the map in the end of each area are found hints for the diamonds of this specific area specific ektik spezifisch für ihren ich sei es der ersten sehr es ist mir nie muss er nicht sehr jedoch nicht sehr ist es schon richtig dort gibt es sehr ist mir niemanden und offiziell sie kurz in so be sehr wohlsteht nach was wird und hätte er hat er gesagt habe ich schon zauberst ich versuche das baukt sie ist dieser ex-armort meint s actual secrets but more es ist der zähl mit vorsichtig ich krieg jetzt in der aufnahme nicht mehr gebacken als er hätte er hat nicht auf der haupte die dass ich in der nächsten aufnahme weiter mache ich kriege eine du musst es jetzt schaffen mach den check man auf wozu der ist scheiße den braucht keiner oh nein ich fall runter ich brauche den checkpoint jetzt mach passier auf du störst redet wie wieder in der ecke mit der scheiß facke aber mach keine fackelein passier bitte auf ach ich hätte nicht mehr gebacken floh ja hast du pech da krieg was gebacken du dummer idiot passier wann musst du weg du brauchst trotzdem weiter ich bleibe hier ich hab den ganzen tag zeit haben wir eigentlich Hausaufgabe auf für morgen ich glaube nicht deutsch haben wir die Arbeit geschrieben Mathe kriegen wir nie was auf wir haben nichts auf sauber wer die Übungsaufgaben bekommt für Mathe er sagt René du machst echt die Übungsaufgaben für Watte ich war 8 7 die macht keiner niemand selbst sie macht ihn nicht die macht schon immer alles für die Schule Schiede Barbara war 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 Vielen Dank.